Aber ich habe eine Idee, was wir jetzt machen können. Oder besser gesagt, ich habe eine Befürchtung, was wir jetzt machen können. Erstmal die Kuppel holen, das wäre nicht schlecht. Die Kurbel haben wir hoffentlich nicht weggeworfen. Haben wir die weggeworfen. Die brauchen wir nämlich noch. Haben wir nicht weggeworfen, das Werkzeug. Mit den Zierpflanzen, die hier überall rumstehen. Und dann kommt es zu den Zierpflanzen. Aber da ist es. dann kommen wir nicht hier lang ein weiterer bereich der freundschaft ist müssen wir jetzt dafür mit zum verschwenden nicht lang aber so wenig runter oder hoch das ist die frage ich hatte chefs büro hat natürlich herzschlüssel was sonst ich würde sagen erst mal runter vielleicht eine fehlentscheidung aber okay herzschlüssel grünen schlüssel noch mal weg geworfen haben oder was ja die blauen schlüssel geworfen grün haben wir noch gar nicht munition wäre mal dringend nötig gehen wir mal nach oben vielleicht finden wir da zum beispiel einen grünen schlüssel da sind noch nicht gebraucht Wir sehen uns. als ob du noch kein zombie gesehen hast als ob du noch kein zombie gesehen hast als wäre das sein erster zombie oh der erste zombie der war auch legendär was war das denn jetzt kann man nicht erst werfen das ist der zombie und ich weiß nicht der war legendär das war nicht gegen bleiben jetzt schlüssel haben wir nicht gegen bleiben jetzt haben wir eine dimension mehr was treten wir hier belton können wir aus noch ein blaues kraut da muss halt stehen ach scheiße kommen wir wohl nicht mehr hoch auf 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 oh no oh no oh 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 ah ist der Schlauch nicht ganz verbunden Erinnerung ist ganz schlechte Sache könnte man aber gebrauchen Ok wir sind nur auf der Seite des Feuers wir müssen das Feuer löschen wir müssen auch wohl um weiter zu kommen ach du scheiße fach fach wir gehen mit so ner Du gehst, du gehst, du gehst, du gehst. Wir müssen ein Save-Room sein. Ah ja, nur eine Zunge. Und jetzt zwei Plätze frei. Es lohnt sich es den Schlitz abzulegen. Die Kugel auf jeden Fall. Und wenn wir den wieder brauchen, dann holen wir uns den. Den werden wir wohl noch brauchen. Ah, den Schlüssel brauchen wir viel eher. Als ob der hier einfach eine Tafel hängt. Die Munition gab es ja nicht. Warum stehst du denn jetzt wieder auf? Das Messer wäre ganz wichtig. Super, null Munition. Bei dem was jetzt kommt. Prost Mahlzeit. Noch mal gleich Schluss, oder was? Überlass noch was zurückkommt, Zweig. Ja. Wir haben gespeichert. Hallöchen. Fack, 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 fack. Das ist meine Damen und Herren. Das ist nicht der X. Der erfolgt uns jetzt die restliche Zeit. Ich verstehe es. Jetzt hat die Jagd bekommen. Und ich speichere hier einmal. Müssen wir den mal hier rauslocken. Oh, die Schütz. Ich kann dir doch nicht schreien, oder? Steht da doch hoffentlich nicht vor der Tür. Oh, fack. Die läuft zum Glück relativ langsam. Ich müsste irgendwie hinter ihn kommen. Der kommt da rein. Der stapft da wieder weg. Der ist hier. Der ist hier. Der ist hier. Jetzt suchen wir jetzt ein bisschen Vorsprung. Das sind die Safe Rooms. Das ist wahrscheinlich keiner. Da kommt sie in die große Halle. Es wäre jetzt gut zu wissen, wo die Safe Rooms sind. Einmal hier speichern. Haben wir es geschafft zu passieren. So, wie geht es denn Mr. X? Wir sind angeschossen. Jetzt geht es nicht mehr so gut. Heilung ist jetzt... Haben wir Heilung, doch wir haben Heilung. Können wir mal benutzen. Wir haben hier irgendwas gebracht. Bitte was. Also... Zweimal Heilung nicht benutzt. Das ist geil. Das mal kurz abspeichern. Das zwanzigste Mal haben wir gespeichert. Ja, was ist denn jetzt die Mission? Elektro-Teil erhalten. Scherzschrank... Tegel. Wir müssen in der... Wir haben keine Munition mehr. Doch, hier haben wir noch Munition. Blind Munition. Wir müssen in der Bibliothek dann noch dieses Rätsel machen. Das haben wir noch nicht gelöst. Hier haben wir noch einen Hebel für. Mr. X kommt hier nicht rein spaziert. Ich fürchte es aber schon. Ich fürchte es aber schon. Dann finden wir jetzt Munition. Safe hole. Wir hatten doch irgendwie eine Kiste. Hatten wir doch hier... Einen Föhn. Weiß nicht was die uns gebracht haben, aber... Es hat dann natürlich Mr. X Zeit uns auch zu finden. Spint 3F. Natürlich jetzt haben wir noch Zeit für das. Aber da gibt es vielleicht Munition. Spint in 3F. Spint in 3F. Spint in 3F. 3 Etage F. 4F. Klentgranate. Im Lagerraum vielleicht ein Spint. Ein Kombinationsschloss. Das wird wahrscheinlich gemeint sein. Wir sind jetzt... Im Ersten... Da raus. Und da geht es hoch. Spießfächer, warum ist das nicht? Okay, wissen wir auf die Kerze, die heute nicht von Mr. X ist. Natürlich wird ihn schon kommen. Springt in 3F. Ach, scheiße. Ach, das ist diese Viecher hier. Verschwinden wir Munition an dem. Mr. X kann aber eh nicht besiegen. Der Spind ist da drüben. Und durch den Gang fährt er zurück. Das ist bestimmt eine gute Idee. Durch die Türen haben wir da runter. Ach, das ist der erste Prominationsschluss. Auf der anderen Seite. Ach, hier ist ein Schloss. Da würde ich gerne mal DCM. Wenn wir dazu noch Zeit haben. Bitte Munition. Merk-Munition. Sollten wir sowas schon hätten. Ich geh mal lieber hier lang. Dann sollten wir in die Bibliothek kommen. Wo kriegen wir den Schalter her? Wir brauchen hier noch einen Hebel. Ach du heilige Scheiße. Wir stecken ziemlich in der Klemmung. Ähm. Ich komme hier nicht mehr raus. Hut ab. Wenn ich kurz mal... Lass wir an dem vorbeikommen. Ich habe keinen Schuss mehr. Und keine Heilung. So lustig. Okay. Wir sollten mal speichern. Trotzdem auch wenn wir mal keine Heilung haben. Und wir haben das Ding gefunden. Den nehme ich mal heraus. Ich finde hier einen wirklichen Safe. Ich glaube hier gab es doch einen. Hier drüben. War das nicht einer? Ich hoffe das war einer. Ja. Ja. Da war einer. Äh. Ja. Aber halt das Messer. Müssen wir uns später zurückholen. Und die Munition bietet hier nichts. Puh. So. Äh. So. Wir sind jetzt hier. Mal hier raus. Den ganzen Weg zurück. Es wird spaßig. Ähm. Wann wir die wegkommen sind. Wo wir gerade gekommen sind. Noch schnapp. Ist der X da. warte der russenschnupp uns das ist scheiße zum nächsten mal natürlich ja und das habe ich jetzt auch nicht mehr dabei dringelte munition scheiße dass die mal wieder aufstehen warte wie kommen wir da überhaupt über den pressraum scheinbar gar nicht mit leiter kommen wir da hoch da ist kein durchklang da sollte es eine treppe geben die uns dahin führt zum zweiten kommen wir über die feuerleiter hin da runter und dann zur feuerleiter so wäre der plan sie findet uns jetzt nicht wir müssen da lang ok da lang die munition kann ich dafür jetzt nicht verschwenden nach unten müssen wir so und da jetzt rum und da zum beobachtungsraum ach du heilige scheiße ja sehr schön komm du jetzt nicht zum leben jetzt haben wir eine truhe ein kästchen das wird man vielleicht mal untersuchen natürlich ein jubel vielleicht aus dem zepter aber sieht fast so aus als könnte der zepter reinpassen das ist ein bisschen enttäuschend dass hier nicht noch mehr gibt und konfestierungsbeleg ob wir text ah süße 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 pistolen beobachtungsraum da waren wir noch nicht ganz fertig fertig ok jetzt haben wir die römer gecleat und polen wo gibt es noch munition war ich doch gerade eben was für ein blödsinn aber auf der ostseite gibt es noch schießpulver und das kombinieren dann haben wir noch mehr munition das heißt wir sollten da erstmal hin unabhängig von dem was wir jetzt hier jetzt auch noch mal munition an der Feuerleiter da sind wir mal hin ach du scheiße ich hab kein Messer ach du, ach du, ach du scheiße äh vorbei an ihm oh die shit bricht der einfach mal durch die wand durch da haben wir hier irgendwo ein safe room da hinten wo ich eh schon hin will Wartezimmer jetzt bin ich am zweiten und die Feuerwehrleiter nach unten vielleicht so wie wir hergekommen sind wir sollten mal in einem safe room versuchen mal die Zepter zu kombinieren ich glaube ich nicht dass sehr wahrscheinlich nicht der Warnheber ist der da in der Schaltschule drin ist und der Wache ja dann geht es hier weiter und wie kattiert hier noch jemand mein Messer hast du das ich kenne mal Leute nach was mein Messer das hätte ich gerne wieder also safe room ich hab noch keinen Mac ich hab noch keinen Mac so kann man sich das mal eine Kiste packen bis wir da was haben bis wir da was haben was tut mir das jetzt bringen und den Wagenheber haben wollen wir nicht den Tufels Wagenhebers das hat ich hab noch keinen das war das zimmer das ding lange froh sind in der ecke herztür ist eine karo tülle mit uns mal angucken die herzschlüsse finden das wäre noch mal wichtig könnten wir dann auch in diesen rum dort einfach mal nach neuen nach nach und freigeschalteten zimmern suchen ich will mal dann irgendwo um den schlüssel das eingangs der erste etage und dann durch die bibliothek in der aufenthalts um und das verschlossene türen die treppe hier potenziell stars büro ja pc kommen mit der marke jetzt mit dem künftig jetzt was machen kommen wir dahin die treppe kommen wir hier hoch durch den duschraum hier lang das heißt hier unten am empfang durch da kann man auch den achten raum öffnen den weg durch das besprechungszimmer gelang erst mal ein ganzes hat er zu langer weg jetzt zurück keine nation fantastisch eingangs der in die das der 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 Nein! Scheiße! Das ist der Kassel Scheiße, wo bin ich? Oh, das ist Mr. X Wurden wir jetzt lang, hier wurden wir lang So, ab und rum müssten wir jetzt können Ich weiß, Mr. X jetzt nicht wieder durch die beiden Wände trifft Töte ist natürlich wieder das Geschrei Ne, jetzt nicht! Das ist ganz sehr schlecht Achtenraum Oh, ein Warnheber Werkzeug Und dazu noch kommen, das einzusetzen Das ist noch eine Granate Ein und bräuchte ich mal Setz dich halt durch die beiden Wände Das ist eineartige Begleitung Ich wusste nicht, es geht, ist etwas Wunder Wunder Wander